aber wir stehen ja ja scheint so ausgerechnet jetzt kommt er darum naja denn ja großer schießer aleja du musst mal gucken dass wenn wir anfangen langsam zu gehen dass du auch langsam gehst also dass du dein schiff drückst du brauchst zu finden welche waffe dir gut liegt also mit der du gut schießen kannst und wir ist ruhig mal alle durch du bist doch noch selber raus ich weiß welche mir gut liegt was eine runde mache ich noch mit ok ist rausgegangen ronnie ist eben rausgeflogen ich bin rausgeflogen ja tritt bei mach ich tritt ein und die tür ein uni geboren um liebe zu geben das passte sogar um liebe zu kriegen geben gibt nimmt nicht die gibt gibt es gibt er gibt es ja ja romantik also ich muss muss sagen die beleuchtung vom kurser ist schon ziemlich geil nichts nein ich fand das jetzt nur gerade eben zum thema passend was hat was habt ihr geredet in ferne würde so richtig uns liegen leben wieder mal man kennt ihn besser war uns auf der seite bort doch ich bin ein bot wieso bist du ein bot macht doch kein schrott du bist doch kein bot da ich bin so gut wie einer ich bin so gut wie einer ich bin so gut wie einer ich bin so schlechter siehst du mal komm 98 in 4 98 in 4 dirk klaut mir den kill das ist in Ordnung dirk ich wollte gerade sagen du bist doch stolz auf ihn mehr als stolz auf ihn ich hab eben so mal getroffen wir müssen abblasen wir müssen abblasen wem willst du jetzt hast du mich abgelenkt ich hab nur was von blasen gehört bitte 2b ach die erste runde 3b 2a danach 3a 2b ich bin b alex bitte a ok ich gebe b dann gehst du mit dirk a ronny du kennst onspot weißt ja wo dich hinsetzen muss zeig dir der tochter mal wo die sich hinsetzen soll aleja komm mit ich hab ja vergessen was hinzukommen gar nicht gut so am besten hockst du dich hier hin das ist komplett weh ich hab voll brennen bekommen wir kommen du bist dran du bist dran ja ich vertue mich dann immer ich denke ich will immer rein zoomen und das scheißspiel hat ja keinen ja du warst doch nicht auf Position ja ich hab aleja gezeigt wirst du lange nicht ich wollte gerade meine granate schmeißen da sieh'n da Alex der ist wunderschön der ja der ist Maschine junger ah linke seite linke seite ist noch einer die deine wollte mich einvermessen noch einer ist da wird jetzt onspot sein oh hinter dir sein wunderschön defuse ach jetzt na komm lauf schnell weg lauf schnell weg ja sehr sauber sehr sauber leute hätte von mir kommen können ist aber nicht mhm naja die Sache mit dem kommen finde ich auch jetzt gerade auch fehl am platz wer geht auf A wer auf B jetzt ich geh' wieder nach A ne ich geh' auch A 3 A g g a g a g a g a g a warte denn soll ich B rolli deine Position ist immer B achso ich dachte das doch adeja deine Position ist A das ist A verstehste A B das ist einfach ja bin schon weg das heißt schon mit dem Messer an der Hand bist du schneller oder? ich lauf mit dem Messer sehr gut ich wusste ich seh's ja nicht hört ihr schon was bei ihr beide? nein mhm da stümmeln die uns jetzt auch komplett also nicht von wo? ähm zweimal mittelgang ja oben B äh bei A ha komm zweimal sind weg bei A weg achso na gut interessant ja so einer ach komm wo ist das nicht ganz 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 Ende na ja trotzdem schön ok geht bitte äh 4 A geht alle auf A ich mach B alleine dein Ernst? ja na gut wer will uns nicht bei sich haben nein aber es ist besser wenn ihr zu top seid ich krieg das mit Notgebung auch alleine irgendwie zwar nicht alles aber ich kriege wenigstens etwas auf keinen ich kriege wenigstens etwas auf keinen Sonate auf B Flasch auf B ich kann einer mal verschieben mal langsam oder zwei einer ist im Mittelgang wenn doch wartet da wenn doch wartet da ich habe mich auch einmal zu ich habe mich mit wartet ja ich ich ach die sind doch alter die haben noch auf einen Spawn gewartet die kommen jetzt auf A A die kommen auf A Lack durch Lack durch Lack durch Lack durch Warten hat mich mal er du bist alleine jetzt trägt er die bombe direkt vor dir hinter der a-kiste ist alle er nimmt in der automatik das hat ja so keinen sinn das war so meilenweit daneben machen die banane jetzt alle mal sollte es mal die 90 ausprobieren ich habe durch den flashback nicht gesehen wo ist der tunnel da unten der sitzt aber rechts im weg drin so jetzt eine he oder was hast du die p90 genommen das ist unter mp das ist die waffe wir können gleich gerne tauschen dann gehe ich auf B ich mache B schon nicht das Problem ok einer Mitte schon mal bombe B rumbe B ich verschieb einer verkehrt auf A noch laufe ich gerade raus kommt der rum der ist aber U-Low ja ja sind oben bei A sind zwei sind alle tot über Mitte dann geht man über 10 wieder da B ja hatten wir ja vor aber die kamen uns ja direkt entgegen Spook die werfen wieder brandgranate auf den Balkon ja wahrscheinlich oben im Mitte die pieken durch A A Beute Blendy ja 3 Blendys ich seh nix ich seh nix ein 4er Blendy die kreisen uns ein ich kann mich nicht weg bewegen weil hier alles am brennen war geil alles Blendy äh komm 3 3 wo die 4 was sind 5 Blendy du musst du bringt nichts in die Alter ach komm drunter steht ihr seid zu fluchten ihr könnt alles nicht wir haben alles dahin geschmissen wir waren die ganze Zeit geblendet ja ist ja ok aber es deckt nie einer lang von euch ah lang wir haben das Spiel so schön angefangen also Dirk und Alex haben das Spiel schon angefangen smoke Brand Flash ja das passiert wenn ich langdecke will direkt ein Headshot um die Ecke du musst die Steilbauer reinstellen wenn du reindeckst nicht pieken du wachst bis die Anteilbauer hier vorbeilaufen kannst du von hinten hin ok ok und stellt sich weiter vorne irgendwo ist Dirk um die Ecke bin geblendet bin geblendet ah oben im Gebäude alle ja offenbar gut ja ist weg ja hinter mir ist einer bei A ja �hin bomb hat des und um verschämt geht mal bitte zwei auf b ich denke mal jetzt mit A Ok dann gehe ich b alex bin bei dir dankeschön ich bin weg scheiße ich war gerade in position ich muss nachladen ich habe drei geholt er ist direkt gegenüber ich bin tot links 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 an der kirche so ich kann wieder begehen die kämpfers nicht ich war auf den kisten drauf die haben es nicht gemerkt das ist silbertaktik aber das gab jetzt nicht doch mal ne ne schon klar und schießt ja überall durch ich glaube bescheid wenn einer so das gebäude geht ne ich höre das nicht ich hab dir gesagt man hätte das super leise ich bin auch auf a noch nix ok dann gehe ich auf das ist ein papa mit bei b ich bin auch auf a noch nichts ok dann gehe ich auf das ist ein papa mit bei b hier ist nur einer vorbeigekommen hier ist nur einer vorbeigekommen ja bei mir sind hier jetzt zurück ich höre das einfach nicht das ist einfach viel zu leise ich weiß nicht was los ist stecker vielleicht nicht richtig drin das ist bluetooth also wireless noch schlimmer kein stecker drin kein stecker drin da kannst du ich habe keine granate bei ich habe kein geld mehr gehabt brandgranate auf banana noch alles leise ach komm ich gucke nichts einmal zwei gehen mitte hoch wird an hat mich hat mich bei a rüber drei vier ja waren zwei wir kommen rüber wir kommen in büscherei einer komponenten jetzt wahrscheinlich genau wenn ronnie helfe auch das ist nicht wo du bist das ist auch nicht safe das muss mir niemand der zielst das kannst du gerne das was du gerade gemacht hast du wenn du zielst ne ronnie dann musst du rechts an die band zielen ja ich vergaß es counter strike also auch nochmal aber so schlecht was gerade nicht was du gemacht hast wenn noch einer neben ist von uns kannst du das gerne machen dann lockst du dir alle von der bombe weg we are out of here ja die gehen nicht weg außer das sind richtige noobs aber ja und mist ist clear einer ist weg laying down smoke hier ist still bei mir oben auf dem balkon soll man kommen ja ich bin auf we come einer nach mitte ich bin low ich bin ein bisschen zurück rap hier alex geh mal ich geh auf b bleib mal da ich bin eh drauf die hocken alle im gang welchen gang ja diesen mittelweg zur a ich bin alex dirk nicht verschieben die warten nur darauf dass wir kommen da ist nur noch einer wahrscheinlich selbter einer smoke b ok das ist der letzte ist der b ja verschieben auf b messer in der hand nehmen mal leer drei komm der hat auch so viel glück der steht close an der kirche links 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 stand ja und jetzt nochmal links lauf lauf rechts 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 da stand ja weiterlaufen der ist hier noch nicht lauf oh oh ach komm aleja nehm die scheiß und links oh da bombe nimm meine arbe wenn du kannst da kann der sehr gut gut hast du behalten wenn du willst alle ja wenn ich sage messer in der hand dann meine ich messer in der hand weißt die dahin du musst mit anfangen muss das für dich machen echt ja läuft doch langsam ja aber nur wegen dem nur wegen dem sonst wäre es schon vorbei nein nein die brennen wieder ab bei mir bei uns ist nichts bei uns ist nichts die party könnte auch mal gern zu uns kommen oben ne ja die die pushen immer zusammen das die missen und die gehen mal bitte auf ah soll ich hier bleiben ja bleib du da hört mich mit allem schuss dann wie viele sind bei euch ja hat mich auch mit einem alle rüber zu arm ich komm schaffte ich ihn mal schaffte ich ihn mal schaffte ich ihn mal na toll kommt er jetzt bei hinter dir jetzt gleich der könnte jetzt eine arme haben vorsicht wo ist die scheißbombe heng zu spät aah scheiße alex wo warst du tot scheiße der klatscht das nicht mal kurz so wie du das ist ein friedhof das ist ein geht sich direkt vergraben der du musst aber auch versuchen andere spots zu nehmen ja immer hierhin drückt ich hier so das war's danke gerne du stehst ziemlich offen dirk ich würde nicht da stehen hm könnte ein b werden aber da war einer ja hat mich nur einer ja einer kommt ich hör mehr hört mich einer geht das gebäude zwei drei b einer ist a im gebäude bombe habe ich gerufen okay du kannst rüber alle alle rüber einer war noch war der ist bei alea der hat abel fuck einer auf b der hat abel ach der steht da rechts b bringt mich nicht du musst mir sagen wo der steht informationen müssen genauer werden brudy sorry ich konnte nicht mehr machen das zwei zu holen dir doch eine vernünftige information geben dann sage ich auch nichts mal hier auf der map ist irgendwo noch einer wär aber nicht schlecht ich habe nur eine schnellfeuerwaffe ne aber du hast gesehen ronnie wo ich stand ne ja war eine gute position wenn die absmoken dann kannst du trotzdem drüber schauen und warten bis alle drauf sind bitte brandgranate auf d komm der pusht mich von hinten au blendgranate zwei auf a lass ihn mal kommen ja ich bin tot ich bin tot einer montant b oder was machst du ich warte ich sehe nichts von hinten kommt einer ja alles nur da so du oder du jetzt auch aber ja ich wollte euch joinen 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 ja joinen dass wir alle zusammen zusammen in dem himmel sind ok find ich nicht von dir mhm wir müssen mitten der setzone kauft was geht alea du hast so viel geld kauft für mein ob ja lass es lass es lass es du musst mir aber mal erklären wie das geht ja aber das hast du gesagt der setzone eindeutig gekauft ich kann mich mal machen wenn wir immer Zeit haben oder so na gut komm oh mr b mr b ja b alle verschieben verschieben einfach dann ist die bombe bei uns ach komm ich weiß nicht wie man mich da schießen kann nein das funken ab aldea bleibt da stehen geht nach links geht nach links geht nach links nach links lauf andersrum Dirk ne 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 noch was hinter links weiter nach links schieß einfach durch die smoke jetzt schieß einfach durch ach komm dieser sind die uris fack nicht an es gab meist nicht sorry nisch super dein moment dein moment ja alle durch die smoke runter ja aber ich stand in der links und dann war aber durch die smoke weg dann stell doch einmal drei leute vor dir dann war der Dirk überfordert ja es war ein bisschen unfair von denen fand ich nicht also ich kann alle Banane total verstehen klare West einmal Weste kaufen Banane hoch waschen was denn die Banane in die Hand nehmen nein du Lester Banane ja kann sie doch ich esse meine Banane ja dann soll sie mal nachdenken sie weiß wie der ist na super wer kriegt natürlich die Granate vor die Füße okay auf dem Spawn ist keiner hey hab ich mir gerade umgebracht los bauen wir die kommen von Banane ja dann holst du auf ist klar ja ich bin tot was war das alter Einschuss ja ja und ich hatte 100% komm hinter mir ja die geben Headshots Leute jetzt doch das war schlecht das war wirklich schlecht ne das war gut aber ich weiß nicht wie die so genau schießen mit AIM Dirk mit AIM ne nix im AIM ich hab auch nur 1 B das ist jeweils Einschuss geworfen bei NICHT im Falle nix kaufen die Runde oder ich hab auch ne Pistole die wollen wir nicht wo jetzt? ich hab die Bombe ok wer muss das? ne 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 schon wieder na viel Spaß die stehen alle auf dem langen Weg Dirk geh weg da geh weg da ich bin tot der pusht einfach die pusht die ganze Zeit die pusht die ganze Zeit ja die kommen von beiden Seiten oh Dirk da oben saß einer den hab ich nicht gesehen ja aber den hab ich grad nicht gesehen da oben alle da war einer reich halten echt unverschämt Anzeige ist raus hm es ist gut so ich hab Bombe reporten ich hab ich hab gar nichts ich hab keine Lust mehr ich geh nach Haus ach ich flipp jetzt aus ich flipp jetzt aus A A A A nicht B A B A 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 Ja, und da hast du gezogen. Wie steht da ganz gemütlich, ey? Die ganze Zeit hat er dann gezogen. An dein Ding. Ich hab keine Bombe. Okay, ich geh jetzt über Mitte. Ähm ich, ähm ich erstmal das Fenster ab. Das ist das falsche Mitte. Ja, links, das ist das falsche Mitte. Da fürcht die ganzen Einer. Daneben geworfen, super. Weiter in die Bombe. Da ist einer drinnen. Einer unten. Ah, um die Ecke ist einer! Scheiße! Da ist einer unten. Einer ist oben im Flur noch drin. Ähm Sven. Rechts von dir. Der ist nach links in den Flur gegangen. Einer ehrt auf dich an. Ah, komm. Einer war auf Flugsbau dran. Ich weiß nicht wo ich hergeholt worden bin. Ich auch nicht. Das hört nichts. Ich bin auch nicht mehr in der Topform. Wir sind aber besser geworden. Ich hab auch nix. Was ist denn damit los? Hallo, aufwachen! Wieder Arbeit, wie sagen. Irgendwo hin ist egal. Wieso ist das egal? Ja, dass der Ton ist. Ich bin festgekommen. Ich bin festgekommen! Ach, da oben. Auf der Treppe. warum stehst du da rum er wacht dann auf die warte ich weiß nicht warum ich nicht treff ich dachte wir jetzt wäre es wenigstens in die deckung gegangen ja wollte ich gerade da hat er mich erwischt ich habe ihn gesehen im augenwinkel jetzt kommt alex ach komm nur eins mache ich war ich echt am überlegen ja aber es geht nicht oh ich bin meister brandschaden ich bin auf dem rollbein ich bin forschlos ich hab dick getitten echt das weiß ich das weiß ich eigentlich gibst du es zu gegen silber und ich krieg auf die fresse irgendwas stimmt hier nicht ich mache noch ein gut muss jetzt mal gucken also alle ja du solltest dringend noch üben du musst du mindestens so schlecht sein wie dirk und ich genau genau mindestens und ich bin mir nicht mehr so schlecht sein wie ich bin 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 ich